Dieser Renault Cartier Vorführwagen steht hier zum Verkauf. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 4000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2017. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, Dachreiling, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 131 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Benziners bei 5,8 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.